Denn wer denkt, so ein Bandsägenblatt ist schnell gewechselt. Ah, scheiße. Siehst, schon passiert. Das. Ich bin ruhig mittlerweile, aber ich könnte schon wieder fast, weißt du? Ja, ab und zu kommt es vor, dass die Werkstatt zum Werkstück muss. Und während ihr am Wochenende im Club feiern wart, habe ich mir überlegt, wie könnte so eine mobile Werkstatt, also so eine mobile Werkstatt, Werkbank, wie könnte so etwas ausschauen? Vom Überlegen wird es aber nicht fertig. Deswegen ist heute der Tag, wo aus einer Idee Wirklichkeit wird. Bis zum nächsten Mal. So, Zuschnitt beendet. Es dauert auch mal eine Zeit. Jetzt müssen wir die einzelnen Teile aber noch vorbereiten, weil so wird da nichts draus. Ich bin jetzt schon wieder gespannt, was am Schluss hinhaut. Ja, momentan haut ja relativ viel hin. Es gab ja Zeit, da hat es nicht hingehauen. Bei dem Projekt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es hinhaut, aber ihr seid live dabei. So, bei dem Teil habe ich mir eine Gehrung angesägt. Warum? Das ist später noch wichtig. Als nächstes kommt das Teil dran. Das reißen wir erst mal alles an. Da ist es natürlich perfekt dazu. So, wenn ich jetzt wie hier zwei gleiche Teile habe, dann habe ich es oft so, ich lasse die Einstellung, mache das zweite Teil, weil ihr kennt das bestimmt, ja. Man stellt irgendwas ein, man schielt und schon ist es falsch eingestellt und dann sind die beiden Teile ungleich. Ungleich, Truppe. Das warst du auch. So, interessant wird es gleich, wie wir diesen Ausschnitt machen. Da möchte ich heute mal was ausprobieren. So, jetzt markiere ich mir aber, was weg muss. Ich habe es schon oft genug gehabt, dass ich das Falsche weggesägt habe. Ich weiß nicht, wer es von euch auch kennt. Passiert. Ich habe ja gesagt, ich möchte es ausprobieren. Jetzt schauen wir mal, wie gut der Schnitt mit der Stichsäge wird. Meine Stichsäge-Skills sind nämlich Expert-Level. Ja, und wenn der Schnitt jetzt nicht ganz so geil ist, dann probieren wir es mit der Fräse nachzufräsen. So wollte ich es eigentlich machen. Aber wir gucken mal, wie das jetzt mit der Formatkreissäge, mit der Formatkreis... Sag mal, Truppe, jetzt eine Frage. Warum nimmst du eigentlich nicht die Bandsäge? Sag mal, hä? Ja, zu viel Ausriss, weil falsches Blatt, aber keinen Bock zu wechseln. Denn wer denkt, so ein Bandsägenblatt ist schnell gewechselt. Scheiße. Siehst, schon passiert. Ich bin ruhig mittlerweile, aber ich könnte schon wieder fast. Weißt du, ich sag's dir, mit dem Verschnitt, was ich produziere, hätte ich schon 86 Scheunen bauen können. Was ist denn eigentlich mit der Scheune? Mit welcher Scheune? Mit der, die du bauen wolltest. Tja, also ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als Scheune zu bauen. Nee. So, für das, was wir jetzt vorhaben, brauche ich einfach zwei gerade Leisten. Wir werden mit dem Bündigfräser hier entlangfahren. Bedeutet, wir werden das jetzt hier draufkleben, beziehungsweise Klebeband nehmen, doppelseitiges. Das hier so festkleben, irgendwie so. Und dann werden wir mit dem Bündigfräser entlangfahren. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Schauen, dass die Kante auch wirklich gerade ist, weil sonst gibt's eine Buckelpiste mit dem Bündigfräser. Als Anpressdruck nehme ich gerne den Schraubzwingel. Da hält's auch wirklich gut. Also wenn du das mit der Schraubzwingel wirklich einmal irgendwie zumalst, dann hält das so gut, das hält dann teilweise schon fast zu gut. So, dann kontrollieren wir mit dem Winkel. Im Winkel, ob wir nicht ganz daneben liegen. Das schaut gut aus. Die Idee ist es, wie jetzt gesagt, mit einem Bündigfräser das Ganze bündig zu fräsen. Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Den muss ich jetzt noch einstellen. Es war so, dass dieses Kugellager diese Fläche abläuft. Und deswegen habe ich gesagt, es ist wichtig, dass diese Fläche glatt ist. Denn wenn hier Boppel drauf sind, dann überträgt sich das auf das untere Teil, was wir fräsen wollen. Deswegen aufpassen, dass dieses obere Teil, was führt, auch wirklich glatt ist. Wie ihr seht, es hat wunderbar funktioniert. Und genau so machen wir es an den restlichen Kanten jetzt auch. Und dann geht's, So, wenn wir fertig sind, haben wir wunderschöne winkelige und gerade Ausschnitte, bis auf den Fehler, aber ich glaube den Spachtel die nachher zu oder irgendwas, das wird jetzt immer auf einer anderen Platte draufkleimt. Da habe ich jetzt keinen Bock, dass ich das nochmal als Reststück dann wegwerfe. Das wird jetzt hier draufkleimt. Wenn ich jetzt das vollflächig verleimt, mache ich es immer so, ich gehe gar nicht so nah an den Rand dran, weil sonst drückt es hier nur Leim raus, was völlig unnötig ist. Die Fläche hält ja, nicht das dünne Stück. Also lasse ich da immer ein bisschen vom Rand frei. Wisst ihr welchen Satz ich noch nie jemanden habe sagen hören? Ihr habt viel zu viele Schraubzwingen. Ich glaube nicht. So, wenn die Dinger trocknen, werden wir hier jetzt noch einen Radius anschleifen. Erstmal anzeichnen das Ganze. Einen guten Schulzirkel, den habe ich auch schon, ich glaube, gefühlt zwei Milliarden Jahren. Den brauche ich nur noch zum Basteln. So, nachdem die Sichtseite ist hier oben und wie hier oben, ja, das ist verbrannt oder das ist angekokelt, schleife ich es weg. Da müssen wir noch ein bisschen, weil es sieht dann nachher ungeil aus, wenn es geölt ist und wir haben diese braunen Stellen, die sieht man dann noch mehr. Also das muss man schon wegschleifen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es muss weg. Also jetzt sage ich euch ganz ehrlich, seit ich die gebaut habe, ja, das sind ja die mit dieser Spannvorrichtung hier. Seit ich die Dinger gebaut habe, benutze ich die ständig, weil ich sage euch ehrlich, diese normalen Schleifklötze, bei denen man das Schleifpapier irgendwie zu einer dummen Schraube, ich habe die nie verwendet. Aber seit ich die habe, die verwende ich wirklich an jeder Ecke. Die Bauanleitung verlinke ich euch unten, falls ihr das nachbauen wollt. So, wenn wir das haben, dann werden diese Leisten da dran geschraubt. Jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich das dieses Mal. Ich möchte außen keine sichtbaren Schrauben haben. Mit Dübeln wollte ich nicht arbeiten, weil viele von euch das eben auch nicht daheim haben, sondern so eine Dübelvorrichtung. Und nachdem jetzt Crack so eine neu überarbeitete Pocket Hole Geschichte rausgebracht hat, habe ich mir gedacht, das probiere ich mal. Ich weiß, ich habe früher unglaublich viel über Pocket Holes geschimpft. Die Sache ist nur die, ich weiß ja, weil meine Zuschauer sind Heimwerker, Anfänger, Einsteiger. Und wenn ich da gleich mit den Most Advanced Techniken anfange, dann kommen viele nicht mehr mit. Und deswegen möchte ich das mal mit einem Pocket Hole ausprobieren. Das hält auch sehr gut, ist für Anfänger gut geeignet, auch für Fortgeschrittene. Ich habe es bis jetzt nicht so oft verwendet, aber ich habe mir gedacht, ich werde das Ding jetzt mal vorzüglich mit diesen Dingen bauen und mal gucken, ob das hält. Da habe ich eigentlich keine Angst. So, dann probieren wir das mal. Das ist echt ein Genuss. Weil vorher war das so, da hattest du so eine komische Klemme, die das einstellen müssen. Jetzt spannt sich das selber fest, das ist echt schon eine Erleichterung. So, jetzt ist es so, wenn du solche Pocket Holes verschraubst, kannst du nicht irgendwelche Schrauben nehmen, sondern du musst spezielle Schrauben nehmen. Schrauben, die dafür geeignet sind. Ich nehme jetzt die originalen. Entweder ich nehme gleichwertige mit Flachkopf und Vorschneider oder ich nehme die originalen. Weil nur so kann man gewährleisten, dass die Verbindung auch wirklich richtig stabil ist. Hier sieht man übrigens die Schraube hier, das ist dieser Bohrkopf, der wichtig ist als ein Spalter, das Holz. Und Rinder mit. Ihr seht jetzt, warum ich die Verbindung gewählt habe bei dem Projekt dieses Mal. Wir haben hier keine außen sichtbaren Löcher und wir haben keine komplizierten Dübel, die ich mit irgendwelchem Spezialwerkzeug... Gut, das ist auch Spezialwerkzeug. Aber da kriegst du halt schnell gute Verbindungen hin, auch als Anfänger. Das stellen wir mal da hin. Das werden wir in dem Projekt noch öfter sehen. Dann habe ich es gleich griffbereit. Oh, ich bin so blöd. Die Rundung gehört doch nach oben. Oh Mann, naja. Zum Glück ist die Verbindung lösbar. Scheiße. Ich schleife extra oben noch. Hey, so blöd muss das doch mal sein. Ich habe die Schraube vergessen. Hoffentlich passt es diesmal. Jetzt müsste es passen. Jawohl. Jawohl. Mittlerweile bin ich ein großer Freund davon, die Auszüge vorher hinzuschrauben. in dem Zustand, weil nachher muss sie rumkriechen. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Und noch besser, ich muss dran stehen und am fertigen Kasten anfangen auszumessen. Habe ich oft genug gemacht, bis ich gelernt habe, es gibt einen besseren Weg, nämlich den vorher zu machen. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir das Ding nachher lackieren, dann wäre es ja eigentlich blöd, wenn die Auszüge drin wären. Also, Auszüge wieder raus. Ja gut, wenn wir so weit sind, dann können wir den Korpus mal zuschrauben. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ich muss ehrlich sagen, was ich in dieser Pocket Hall-Geschaft jetzt wirklich cool finde, ist, es muss kein Laim ziehen. Ich kann sofort weiter arbeiten, das finde ich echt ein Vorteil, also es hätte jetzt wieder ein paar Stunden warten müssen, bis ich da weitermachen kann, aber ich kann jetzt sofort weitermachen. Eigentlich ist es ja vollkommen ungewohnt, mal nicht warten zu müssen. Also es kommt nicht oft vor, dass ich meine Winkelbaumaschine brauche, aber wenn ich sie brauche, dann weiß ich wozu ich sie ab. Habt ihr auch so ein Werkzeug, wo ihr euch denkt, ach Gott, ich brauche das nie, aber man braucht es ab und zu und dann weiß ich genau, hey, das kann ich nicht weggehen mit dem Werkzeug, ich brauche es selten, aber es kommen Zeiten, da brauchst du einfach eine Heckbohrmaschine. So, Schubladen kann man jetzt auf mehrere Weise bauen, natürlich kann man es mit Pocket Holes bauen, da braucht man aber andere Maße. In der Bauanleitung, wenn ich fertig bin mit dem Geding, dann mache ich euch eine Bauanleitung, dann mache ich euch einmal eine Version für Schubladen mit Pocket Holes und einmal ohne. Wir machen es ohne und zwar machen wir es mit Nuten und Falzen. Zum Fräsen nehme ich einen 6mm und einen 20mm Fräser, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung unten. Und wenn ich dann probiert habe, ob das Maß so passt, was ich eingestellt habe, weil ich kann nicht einfach fröhlich losfräsen, ich muss ja erstmal schauen, dass das alles genau ist. Dann fräse ich meine endlichen, meine endlichen, meine, meine tatsächlichen, endlich, tatsächlich. Dann fräse ich mich. Dann stecke ich es mal probehalber zusammen und stelle fest, das passt super genau. Ich muss ja eigentlich gar kein Leim mehr angeben, weil es so genau passt, dass es perfekt ist. Ihr seht, das hält schon, ohne dass ich überhaupt kein Leim dazu gegeben habe. Gute Methode, kann man echt mal ausprobieren. Schnell, genau, passt. Fertig verleimt, bringen wir diese Auszugsschienen an. Vorragend. Wenn das so weit passt und unsere Schubladen laufen, erst dann mache ich die Fronten, weil mein Kasten passt die zu 100% und so kann ich jetzt die Fronten an meinen Korpus anpassen. Als Spaltmaß möchte ich 1,5 mm, also lege ihm hier unten einen 1,5 mm Bohrer hin. Denn wenn ich jetzt die Blende drauf stelle, ist der Bohrer der Abstand. Natürlich kann man auch noch andere Bohrer wählen, aber mir reicht das als Abstand. Wir haben viel geschafft, aber nicht alles. Den Rest, und das ist noch einiges, machen wir im zweiten Teil. Kanal abonnieren, dass ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Ich darf Danke sagen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder, macht es gut, bis die Tage, Servus.